Hey, sorry, dass ich mich bis jetzt noch nicht gemeldet habe, aber es ist etwas dazwischengekommen. Und zwar, ich bin heute nach Fresse gegangen und ich bin so auf die Fresse gefahren, wirklich so auf die Fresse gefahren. Ich konnte wirklich weinen, das tut mir so weh. Meine Zehe ist...au, au, au. Aber ja, ich war eh dort und dort kann ich eh nicht filmen, also ja. Und mehr ist jetzt nicht wirklich passiert. Also, ich bin auf die Fresse gefahren, ich bin hingefahren mit Schmerzen, ich bin zurückgefahren mit Schmerzen, ich bin zu Hause mit Schmerzen. Ja, ich fühle mich sehr, sehr gut. Aber ja. Auf jeden Fall, ähm, ich werde jetzt zu Hause was machen, Hausdruck, ich habe ja Hausdruck bekommen. Ja, und ich fühle mich in einer sehr, 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 sehr schlechten Richtung, aber ja. Ja, es tut halt weh. Aber ja. Was soll ich noch dazu sagen? Es tut weh, es ist hingeschwollen. Ja. Aber ich hoffe, es geht bald weg. Aber ja, ich erzähle euch später wieder was. Tschüss. Hey, also, ähm, ja. Und vor allem bis jetzt ist nichts passiert, wirklich nichts. Meine Mutter hat das Essen gemacht. Das werde ich jetzt dann essen, also sie hat Wurstsalat gemacht. Ähm. Dann habe ich geschlossen, ich habe jetzt die ganze Nachmittag geschlossen eigentlich. Malte, wie ja. Und sonst ist ihm nichts passiert, und deswegen sage ich auch Tschüss. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017